Bricht Nasenspray das Fasten? Man sollte aufpassen damit. Man sollte aufpassen. Warum? Aufgrund der Überlieferung, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn ihr Wasser in die Nase einzieht, dann übertreibt dabei, außer ihr seid fastend. Warum außer ihr seid fastend? Damit das Wasser nicht in den Rachen gelangt. Und so auch beim Nasenspray die Gefahr besteht. Wir sagen, er soll das machen, wenn die Zeit von Iftar eintrifft. Okay? Er soll das machen, wenn die Zeit von Iftar eintrifft. Manche Gelehrte haben das erlaubt. Manche Gelehrte haben das erlaubt. Aber man soll hier auf der sicheren Seite sein. Wallahu alaihi wa sallam.